Mein Wunsch für das Haus of One, das Bet- und Lehrhaus, ist, dass es ein Bau mit schönen Räumen werden möge, in denen bescheidene, aber festliche Gottesdienste gefeiert werden. Alle, die hier in dem großen zentralen Raum zusammenkommen, mögen sich ohne Kaltherzigkeit oder Triumphalismus begegnen, um zu suchen, was dem Frieden dient.